So, und weiter geht's hier in One Piece, Kapitel 4, Episode 3, die Entscheidungsschlacht. Oh Mann, es sieht fast so aus, als wäre das der Hinrichtungsort von Ace. Und das Schiff scheint das Moby Dick Schiff zu sein von Whitebeard. Hoppala. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann mich nur immer wiederholen. Ist zwar langweilig für euch, aber so fühle ich mich nun mal. Also nicht langweilig, aber ich bin halt echt gespannt. Ich rette Ace. Ich bin sehr, 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 sehr. Ich bin sehr, 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 sehr. Da kommt sie. Ich bin sehr, 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 sehr. Ich bin sehr, 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 sehr. Oh man... Das ist das, was ich. Der Mann hat die Kraft der Welt. Nice Age! Oh man, da fallen sie vom Filmen. Oh, ab ins Wasser? Oh Gott, doch nicht. Warum sollst du mit dem Blumen? Es ist sicher, dass dieser Mann seine Blumen. Dann lass uns die Hand. Er hat mich daran interessiert. Der Kind. Der Blumen. 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 Hmph. Oh je, oh je. Das wird sehr lustig. Oh, wow. Oh, die Pazifister sind wieder im Spiel. Da haben wir Boa Hancock. Kann das sein? Äh, Smoker und Tashigi sind auch da. Da haben wir Marco, Whitebeard, Mr. Three und Buggy. Und von dem Typen da habe ich den Namen vergessen. Okay, na da sind wir mal gespannt. Gut, okay. Lassen wir die Entscheidungsschlacht hier mal beginnen. Okay, rette Ace. Das ist unsere Aufgabe und wir geben unser Bestes, sag ich es mal so. Da haben wir direkt Tashigi. Oh, wow. Ich sehe nicht. Das ist los. Oh, wir haben Whitebeard als Hilfe. Das sehe ich jetzt erst. Nein, ich weiß nicht, ich komme gar nicht zum Stehen. Wir müssen echt gucken, dass Tashigi hier wegkommt. Okay. Tashigi scheint weg zu sein. Sehr schön. So, dann schauen wir doch mal. Doch, wir gehen hier raus. Holen uns die Base hier vorne ganz schnell. So, und dann schauen wir mal, wer da vor der Tür steht. Oh. Oh, wow. Ich sehe rein gar nichts. Okay, zwei haben wir getroffen. Okay, die zwei sind auch weg. Das scheint gewesen zu sein. Okay. Weiter geht's. Hier haben wir direkt eine Base. Oh, die war zwei. Da unten haben wir auch noch eine Base, aber ich glaube nicht. Ich denke, das geht auch ohne. Die lassen wir einfach mal aus. So, wen haben wir hier? Smoker? Ernsthaft? Ach nee, komm schon. Komm schon. Oh, er ist weg. Oh Gott sei Dank. Smoker ist echt kacke mit seinem Auge. So, jetzt müssen wir das nur noch für uns hier entscheiden. Das ist aber jetzt so gut. Okay. So, jetzt müssen wir das nur noch für uns hier entscheiden. Wir werden die ganze Zeit geschossen. So, das ist gut. Ja. Sehr schön. Okay. Das ist unser. Wir holen schnell die Base. Da haben wir zwei Stück wieder. Okay, der ist weg. Hey Moment, hier wird nicht geflohen. Ich bin doch da. Oh, Mihawk ist auch da. Stimmt ja. Aber soweit ich weiß, wird der nichts machen. Marco. So, dann gehen wir direkt mal rein hier. Ach ja, wir hatten Whitebeard ja schon ansetzt. Können wir noch wehren an da? Ja, gut, okay. Dann wollen wir mal hier alle einsetzen. Ich kenne es hier auch nötig sein. Beschütze das Kriegsschiff und öffne einen Weg zum Schafrott. Okay. Das wollen wir gleich mal machen. Okay, wir müssen leider hier weg. Okay, der ist weg. Warten wir noch einen? Nein. Gut, okay, komm schnell. So, der ist auch weg. So, Joso ist hier. Und jetzt? Wohin will er denn? Das würde ich ganz gerne mal wissen. Okay, Joso hat sein Ziel erreicht. Sehr schön. Dann schaue ich mir das mal hier kurz an. Oh, okay. Oh, okay. Okay, Mihawk ist da oben. Wo will er denn hin? Wie gut, dass wir da schon in der Nähe sind. Ah, hättest du doch nur die Stufe da oben schon voll. Das wäre natürlich sehr schön. Äh, da, 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 da. Wo wollt ihr denn hier hin, na? Hier wird nicht vorhanden. Außer es sind meine Leute. Dann ist das natürlich total okay. So, wer fehlt denn jetzt noch? Haben wir da noch einen? Okay, es sieht nicht so aus. Okay, G-Z hat den zweiten Angriff auch gefeiert. So, wo geht denn? So, wo geht denn? Oh kack, das wird dabei nicht. Okay, der erste ist weg. Der ist auch weg. Los, Jizo, komm! Kämpf doch da nicht rum, Jizo, komm schon! Jizo, misst hier so! Schwing die Hufe! Das sind nur kleine Fische. Oder reicht das hier schon? Nee, der muss runter. Jozu! Jozu! Haben wir es geschafft? Loll! Wurde abgewehrt? Piraten-Captain ist aufgedacht. Okay, unsere Arbeit, das ist schon mal gut. Wir sind auch hier. Wir müssen hier auch wiederholen. Wir müssen hier auch wiederholen. Der Typ, der ihn erschrocken hat, sah aber ein bisschen anders aus. Der Typ, der Typ. Der Typ, der Typ, der Typ. Der Typ, der Typ, der Typ. Der Typ, der Typ. Der Typ, der Typ. Der Typ. Der Typ, der Typ. Der Typ, der Typ. Der Typ, der Typ. Der Typ, der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ, der Typ. Der Typ, der Typ. 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 Ich kann den sowas von nicht leiden. 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 Boah, es ist alles voll. Wir unterstützen mit Ruffy Jinbeis Plan. Okay. Ich weiß nicht genau, was Jinbe für einen Plan hat gerade. Aber wir machen gerne alles platt erstmal hier. Zumindest von den Großen. Okay, Jinbe ist doch wahrscheinlich auf dem Weg. So, die Großen sind hier teilweise auch platt. Ich geh mal Jinbe entgegen hier. Ist er weg? Ich hoffe ja. So, dann geht's weiter. Ah, ich seh grad die... Diese Marionettenfäden. Der wird gesteuert von dem Flamingo. So, Jinbe ist bei mir und hat viel noch da oben zu gehen. Dann wollen wir ihm mal dabei helfen. Na komm, Jinbe. Zack, 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 zack. Oh. Makro sind Schwierigkeit. Kommen wir denn überhaupt da hin? Ja, doch. Okay. Komm, Jinbe langsam mal. Komm, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn hier jemand flüchtet. In Schwierigkeiten. Junge, die sind alle in Schwierigkeiten. Muss ich jetzt hierbleiben oder reicht das? Haben wir's geschafft? Okay, Jinbe hat das Ziel erreicht. Dann laufe ich ganz schnell da hinten hin. Oh, Mann. Ich soll mich zum Ziel begeben. Das gibt's ja nicht. Komm schon. Komm schon. Ja, und jetzt dann? Ja, du bist ja nicht. Du wirst ja mal einfach so weggebombt. Boah. Oh Gott, nein! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Okay, schnell endern. Buggy haben wir noch. Oh Mist, ey. Oh Mist. Ja, jetzt komme ich natürlich nicht an ihr ran. Dann sammle ich mal ein bisschen. Ja, mö. Ich komme doch so gar nicht an ihn ran. Was soll ich machen? Muss ich ihn besiegen? Toll. Wie? Komm schon, komm schon. Oh Gott sei Dank. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott nein. Oh Gott. 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 denn oder in den nächsten im katholim ich muss mich zusammen zusammenreißen. Also wenn das als nächstes kommt, was ich denke. Oh Mann. Tja.